Servus, grüßt euch, da ist wieder euer Peter. Heute habe ich eine ganz coole neue Dienstleistung für euch im Programm, den Ingenieur Guide. Was ist der Ingenieur Guide? Ihr kennt es bestimmt, ihr modelliert vielleicht eine Rampe und braucht jetzt eine Lösung, weil ihr irgendwie an der Komplexität stockt und wisst nicht mehr weiter. Oder ihr plant ein neues Projekt und habt Angst, dass die Struktur euch am Ende irgendwie zum Verhängnis wird. Oder ihr braucht einfach nur einen kleinen Tipp für irgendeine Funktion, gibt es da irgendwas oder so. Genau deswegen bin ich für euch da. Der Ingenieur Guide, der hilft euch genau in so einer Situation. Der ist schnell und unkompliziert. Ganz einfach, nehmt ihr dann Kontakt zu mir auf über WhatsApp, über Skype, über Teams, über E-Mail, egal über was. Ihr könnt einfach mir dann ein Video senden oder ein Screenshot oder auch anrufen. Ich nehme dann Kontakt zu euch auf und helfe euch dann einfach schnell und präzise. Ganz klar. Und wenn ich euch nicht helfen kann, dann müsst ihr das natürlich auch nicht bezahlen. Ansonsten wird einfach getrackt und ihr behaltet am Ende des Monats einfach eine Rechnung von der CS Concept. Die Kontaktdaten dazu, die findet ihr jetzt irgendwo hier im Video oder natürlich auch in der Beschreibung. Da könnt ihr das sauber rauskopieren und einfügen. Und ja, und ich würde mich freuen, wenn ich euer Ingenieur Guide sein darf. Dann sehen wir uns auch schon bald. Und dann freue ich mich, wenn ich auch euch bei euren Projekten helfen kann. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ciao, euer Peter.